Die USA wollen Sanktionen gegen das israelische Netzach-Jehuda-Bataillon verhängen. Die Armee-Einheit, in der größtenteils ultraorthodoxe Soldaten dienen, werden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen gegenüber Palästinensern im Westjordanland vorgeworfen. Es geht um Vergewaltigung, Mord und Folter an palästinensischen Zivilisten. Die Einheit soll kein Training mehr von den USA erhalten. Israel reagierte empört. Ich werde die israelische Armee, unser Militär und unsere Kämpfer mit Nachdruck verteidigen. Wenn jemand denkt, er könne Sanktionen gegen eine Armee-Einheit verhängen, werde ich ihn mit aller Kraft bekämpfen. So wie unsere Soldaten vereint sind, um uns auf dem Schlachtfeld zu schützen, sind wir vereint, um sie politisch zu schützen. Die USA sind per Gesetz verpflichtet, ausländische Armee-Einheiten zu sanktionieren, wenn es glaubhafte Verstöße gegen die Menschenrechte gibt. US-Medien hatten enthüllt, dass Außenminister Antony Blinken trotz der Empfehlung seines eigenen Ministeriums in dieser Frage monatelang untätig geblieben war.